Ja, hallo meine Lieben und willkommen zu meinem zweiten How-To-Let's-Play-Video. Hier geht es jetzt um Open Broadcast oder Open Broadcaster. Die Software ist eine grundsätzlich sehr coole Software. Kann man sehr, sehr viel machen von Monitoraufnahmen über alles mögliche. Ich werde jetzt gucken, dass ich euch ein bisschen was dazu zeigen werde. So, wir fangen erstmal hier mit der Streaming-Vorschau an. So, was ihr jetzt seht, ist mein zweiter Monitor. Ich nehme das jetzt, ja, ich habe da jetzt einfach mal hier gerade Nvidia Experience aufgerufen, weil momentan mit Shadowplay nehme ich die ganze Geschichte hier auf. Das hat einfach den Grund, wenn ich jetzt mit dem gleichen Programm aufnehmen würde, würde man ja die Aufnahme einfach vervielfältigt die ganze Zeit hier auf dem momentan aktuellen Monitor sehen. Das finde ich ein bisschen nervig. So, ganz kurz noch eine wichtige Sache. Wenn ihr jetzt über Shadowplay, ja, noch ein ganz kleiner Hinweis zu Shadowplay, wenn ihr da das richtige Mikrofon eingestellt haben wollt, das seht ihr bei mir, das Mikrofon ist jetzt gerade aktiv. Die anderen nehmen zwar auch mit auf, aber sie nehmen nicht die ganze aktuelle Geschichte auf. Das ist einmal meine Webcam, das ist mein Headset und das ist halt das SC440, was ich euch im vorigen Video präsentiert habe. So, das können wir jetzt eigentlich mal schließen, brauchen wir nicht mehr. Ich wollte es euch nur ganz kurz zeigen. Dann müsst ihr einfach das Mikrofon, was ihr nutzen wollt, als Standard-Mikrofon ausnehmen, mit Mailmatte, genau, das wollte ich euch eigentlich gerade zeigen. Ups, gehen wir mal mal rüber. So. Wobei, ich hätte es eigentlich auch auf dem Monitor machen können, ist total egal. So, ich würde jetzt einfach mal auf das andere Mikrofon klicken, dann klickt man hier auf als Standard-Gerät auswählen, nicht als Standard-Kommunikations-Gerät festlegen. Das funktioniert nicht, es muss das Standard-Gerät sein. So, das war auch schon das, was ich euch zeigen wollte. Gut, gehen wir jetzt zur Vorschau ein. Szene, ja, beschreibt einfach nur, die Szene ist sozusagen die grundlegende Oberfläche, die wir haben. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt, zum Beispiel, ich mache irgendwas auf meinem, für jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben auf die Szene gehe, das ist meine Standard-Szene, da kann ich halt die Cam einstellen, da kann ich Game-Aufnahme und mein Monitor aufnehmen und das ist genau das, was ich meine, ne? Dann wird das Bild einfach in die Unendlichkeit vervielfacht. So. Gehen wir jetzt aber wieder auf Broadcast, weil hier habe ich einfach jetzt schon mal was vorbereitet, ne? Ich habe da schon mal was vorbereitet. Da haben wir einmal hier die Haupt-Monitor-Aufnahme. Ne, ist jetzt Batsch. Gut, die Monitor-Aufnahme, man kann es, wie gesagt, umbenennt, entfernen, positionieren, Reihenfolge, whatever, kann man alles festlegen. Dann gehen wir mal hier kurz auf Eigenschaften, dann kann ich auch auswählen, welchen Monitor ich ausgewählt habe. Gut, die ganzen Punkte hier könnt ihr euch alles mal in Ruhe selbst angucken. Das ist das meiste ist auch selbsterklärend. Monitor-Aufnahme, wie gesagt, das ist, wenn ihr einen ganzen Monitor aufnehmen wollt. Ich würde euch in der Regel, ja, entweder das oder eine Fensteraufnahme, aber da gehen wir später drauf an. So, dann das zweite wäre ein Bild. Da kann ich euch mal kurz was zur Positionierung zeigen. Da kann man halt immer sagen, okay, ich möchte zum Beispiel mal zentriert haben. Das Bild soll die ganze Zeit zentriert sein. Oder, ach, weißt du was, ich wollte das nach oben. Oh, ne, oben zentriert ist blöd. Dann packe ich es wieder zurück nach oben rechts in die Ecke. So, das heißt, ihr könnt die Position des Bildes immer wieder ändern. Ups, da wollte ich jetzt gleich auf Eigenschaften, bewege ich jetzt aus Reflex, habe ich auch zu sehen drauf geklickt. An Bildschirm anpassen, ne, da müsst ihr einfach ein bisschen rumspielen. Dann könnt ihr gucken, wie ihr die ganze Geschichte positioniert haben wollt, falls ihr permanent zum Beispiel ein Logo oder sonst was in euren Videos geschaltet haben wollt. Oder zum Beispiel, ihr könnt unten die ganze Zeit ein Logo eingezeichnet lassen. Und dann könnt ihr bei euren Videos einfach sozusagen eine Markierung drüber ziehen. Und dann, wenn man auf das Logo klickt, dass man euch zum Beispiel direkt abonniert. So, das zur Reihenfolge sagt einfach nur an, wo es in der Reihenfolge priorisiert werden soll. Also, wenn ich es jetzt zum Beispiel nach unten packe, zack, dann liegt es hinter der Monitoraufnahme. Wenn ich es jetzt hier nach oben packe, liegt es vor der Monitoraufnahme. Und das heißt einfach nur, auf welcher, ihr müsst euch das wie ein Papierstapel vorstellen, auf welcher Position ein Bild liegen soll. Gut, gehen wir noch kurz auf Eigenschaften. Da kann ich jetzt einfach meine Dateien durchsuchen, ein Bild auswählen. Dann habe ich hier noch für Hintergrund und Deckkraft, ne. Und kann man halt noch so ein paar Sachen einstellen. Wie gesagt, das sind so Sachen, da solltet ihr am besten ein bisschen rum experimentieren. Dann habe ich hier noch eine schöne Diashow reingepackt. Das ist einfach jetzt nur der Beispielordner von Windows. Hier die gleichen Funktionen, was Reihenfolge, Größe und Positionierung angeht. Bei den Eigenschaften habe ich jetzt zum Beispiel hier mal einen ganzen, wie gesagt, diesen Sample Pictures Ordner. Da hat man jetzt die Möglichkeit, einzelne Bilder oder sogar ganze Ordner einzufügen. Hier auch wieder die Positionierung zu ändern, die ganze Geschichte zu entfernen. Whatever, ne, mit welcher Deckkraft, ich kann jetzt zum Beispiel das mal einfach auf, keine Ahnung, machen wir mal auf 30, da sieht man es dann intensiver. Auf 30 Stellen ist die Deckkraft gemindert. Scheint das untere etwas, oder was heißt etwas, um einiges mehr durchstellen, wir jetzt aber wieder auf 100. Habe ich noch die Möglichkeit der Zufallsauswahl, nur einblenden, einblenden, deaktivieren. Also einblenden ist einfach, ja, dieser Effekt, der die ganze Zeit gezeigt wird, die Häufigkeit, wie oft die Bilder gewechselt werden sollen. So, dann haben wir hier noch den Text. Habe ich jetzt einfach mal mein Pseudonym genommen, Ionitas. So, man kann die Schriftart, Farbe, Größe, Deckkraft, kann man alles auswählen. Wenn ihr sowas nutzt und mit Kursiv zum Beispiel arbeiten wollt, wie ich, ein kleiner Tipp, nutze, benutze, 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 benutze definierten Textbereich. Ich sage das dreimal schnell hintereinander. So, weil wenn ich das nicht habe, ich mache das mal weg, seht ihr, ist hier das S etwas abgeschnitten. Das hat was damit zu tun, dass im Kursivbereich es mehr Platz wegnimmt, als ihm zugesprochen wird, sagen wir mal. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal auf eine Größe von 700, also Breite 700, Höhe 200 festgelegt, mit Umbruch, das muss ich auswählen. Das hat einfach den Grund, weil ich zentriert auswählen möchte. So, dann habe ich noch einen Schatten in meinem Namen gegeben, mit Schwarz, eine Stärke, das ist einfach die Dicke. Dann noch eine Deckkraft, seht ihr, das ist so leicht durchsichtig. Wie gesagt, Kursiv, Unterstrich kann ich hier auch noch machen, ich kann es vertikal machen, ich kann Fett und ich weiß nicht was. Es gibt halt ein paar Möglichkeiten, was man da auswählen kann. Dann kann man auch noch Texte aus Dateien wählen, also wenn man jetzt wirklich einen kompletten Text sich da anzeigen lassen will, was ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen kann. Oder, wie gesagt, ich schreibe einfach kurz meinen Text. Hier habe ich jede Menge Schriftarten, die ich mir auswählen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel hier eine kostenlose, also eine Schriftarte mir runtergeladen, die man kostenlos nutzen kann. Da werde ich auch noch mal im Video drauf eingehen, was man so an Schriftarten sich kostenlos besorgen kann. So, aber so viel erstmal dazu. Dann haben wir noch das Videogerät. Hallo. Ja, das hat jetzt kurz eine Sekunde geleckt. Das braucht ja auch immer, alleine wegen der Datenverarbeitung. So, hier hat man es schon, um einiges mehr zu konfigurieren. So, ich kann das Bild, ich kann das Bild drehen. Ich kann es horizontalen, vertikal, kann mich ja wild durch die Gegend schleudern. Dann auch hier kann ich wieder eine Deckkraft einstellen. Also ich kann es jetzt mal, gehen wir mal runter auf 20. Ich bin ein Ge-Ge-Ge-Geist. So, jetzt stellen wir mal wieder auf 100. Audioaufnahme habe ich jetzt gerade deaktiviert. Brauche ich da gerade nicht. Da kann ich jetzt meine verschiedenen Mikrofone auswählen. Da kann man auch hier wieder, da kann man auch wieder jede Menge konfigurieren. Hier, dann hat man noch die FPS-Möglichkeit. Geht jetzt hier von 50 bis 30. Die Größe kann ich hier wieder einstellen. Ich bin jetzt hier bei einer 640er. Ich kann es jetzt auch auf das ganze Bild ausweiten. Aber wenn ich jetzt die OK-Glocke... Ah, kleiner Lack wieder. Okay. Das hat jetzt irgendwie nicht ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Egal. Ich hatte eigentlich gedacht, ich bin komplett über allem. Ich verstehe jetzt gar nicht, warum der hier überlappt und beim anderen sich unterordnet. Ich habe keinen Schimmer. Gut. Müsst ihr im Zweifelsfall... Gut, ich denke mal, ihr wendet das sowieso nicht haben, dass ihr eine Diashow und ein Fenster und Bilder und 10.000 Sachen zugleich offen habt. Was haben wir hier noch? Ah, keine Ahnung, kann ich noch so ein paar Sachen... Ach, das ist alles so nett, was man einstellen kann. Noch Gamma-Werte und alles Mögliche so. Aber ich nehme mich jetzt mal raus, weil in diesem Video geht es jetzt nicht um meine Visage, sondern um das Programm. So, als letztes hätten wir hier noch die Fensteraufnahme. So, da habt ihr meinen Kanal. Das habe ich dir jetzt einfach mal als Fenster ausgewählt. Ich kann es euch zeigen. Da haben wir verschiedene Fenster, ja. Zum Beispiel Windows Experience, Facebook habe ich ja noch offen. Da habe ich jetzt hier meinen Kanal. Kann ich auch wieder mit Deckkraft, Pipapo. Ausschnitte kann ich auch nur zeigen, wenn ich zum Beispiel nur bestimmte Stellen zeigen möchte, kann ich euch mal kurz... Auswählen, was nehmen wir denn? Oh, nehmen wir mal... Ach, nehmen wir das hier. Ups. Na? Hä? Warum? Ach, stimmt, hier unten ist der Rahmen. Eine Sekunde. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Das ganze Banner. So, passt. Okay. Zack. Okay, haben wir jetzt einfach nur sozusagen das Banner ausgeschnitten. Wie gesagt, da könnt ihr auch rumspielen, wie ihr wollt. Da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. So würde jetzt einfach das ganze Ding aussehen. Gut, gehen wir noch einmal kurz auf Szene, weil ich habe hier noch eine Gameaufnahme. Die wollte ich euch noch ganz kurz zeigen. Ich weiß, das sieht jetzt gerade etwas behindert aus. Das ist ähnlich wie die Monitoraufnahme. Man hat hier nochmal ein paar Justierungsmöglichkeiten. Wichtig ist hier, dass man die verschiedenen Games aufnehmen kann. Also, dass man hier die verschiedenen Games auswählen kann. Das Wichtige ist, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade Insurgency ausgewählt, weil ich dazu letztens Testaufnahmen gemacht habe. Und das Wichtige ist einfach, Open Broadcast muss laufen. Das Spiel muss gestartet werden. Dann klickt ihr auf Aktualisieren. Und dann ist, oder müsste das Spiel in eurer Liste sein. Gehen wir mal zurück. Ah, damit einfach diese furchtbare Sicht mal weg ist. So, soviel jetzt erstmal dazu. Das ist jetzt eigentlich nur Szene und Quellen gewesen. Jetzt gehen wir mal auf die Einstellungen ein. So, allgemeine Einstellungen. Ich habe jetzt ein Profil, ne, Deutsch. Das ist jetzt nicht mal so wichtig. Die Codierung ist sehr, sehr wichtig. Hier müsst ihr immer die 264er auswählen. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Puffergröße könnt ihr eigentlich ausstellen. Also ihr kriegt auch immer Informationen, wenn ihr hier irgendwo rüber geht, was das eigentlich aussagt. Bei der Bitrate würde ich euch empfehlen, wenn ihr zum Beispiel, ja, so langsame Geschichten aufnehmt. Oh, ich muss mal kurz was reden. So, wenn ihr so langsame Geschichten aufnehmt, wie jetzt zum Beispiel hier gerade, dass ich meinen Monitor aufnehme. Oder wenn ich jetzt Hearthstone-Videos mache oder sonst was. Da reicht eigentlich eine Bitrate von, oh, lass mich nicht lügen, 1000, 2000 reicht völlig aus. Wenn ich jetzt aber irgendwelche Shooter spiele, wenn ich jetzt irgendwas mit hoher Grafikanforderungen spiele, dann sollte ich schon so eine Bitrate, ja, also mindestens eine Bitrate von 25.000, am besten 50.000 auswählen. Also, großes Problem meiner Meinung nach bei Open Broadcast, wenn ich das so einstelle, frisst das auch ganz schön Performance. Und zwar jede Menge CPU-Performance braucht das, wenn es dann, ja, das alles aufzeichnet. Da müsst ihr dann ein bisschen feinjustieren, müsst ihr mal gucken, wie ihr das am besten hinbekommt. So, Codec ACC könnt ihr euch eigentlich das alles so übernehmen, wie ich das hier auch habe. Die Bitrate beim Audio 128 reicht vollkommen aus. Gehen wir auf Broadcast einstellen, das hat einfach was hier zu YouTube. Also, Quatsch mit YouTube, sag ich, mit Twitch. Da habt ihr halt hier so ein Key, den könnt ihr auf... Ach, Entschuldigung, ich muss gerade... Ich habe gerade husten. Wo war ich genau? Genau, auf Twitch könnt ihr dann jetzt, oder auch andere Portale könnt ihr euch auswählen. Dann wird einfach Livestream ausgewählt. So, und dann habt ihr auf Twitch, bekommt ihr einen bestimmten Key, einen Streaming-Key. Der ist jetzt hier verschlüsselt, deswegen könnt ihr den nicht sehen. Und den müsst ihr eingeben, dann verbindet sich Open Broadcast mit Twitch. Und dann könnt ihr halt streamen. Hier habt ihr auch nochmal die Möglichkeiten, einen Pfad anzugeben. und genaue Bezeichnungen für eure Dateien und whatever, könnt ihr da alles einstellen. So, dann gehen wir unter Videoeinstellungen. Dann nehmt ihr natürlich eure Grafikkarte. Die Auflösung könnt ihr dann auch einstellen. Und da gibt es alle möglichen, ja, andere Einstellungen. Hier würde ich euch eine 60 FPS, zu einer 60 FPS Auflösung, Bildwiederholungsrate raten. Dann müsst ihr allerdings unter Erweitert gehen und müsst hier einen Haken machen. Erlaube 61 bis 120 Bild pro Sekunde in den Videoeinstellungen. Es kann nämlich sein, dass das nämlich schon bei 60, ich glaube bei 60 hat das schon gesprochen. Ich habe dann nämlich auch mal ein bisschen rumexperimentiert mit höherer Bildwiederholungsrate. Also hier könnt ihr einen Haken machen eigentlich. Alleine schon, dass ihr ein bisschen mal damit rumexperimentieren könnt, was für euch, ja, das Optimal ist. So, Audio ist eigentlich nicht viel zu sagen. Da habe ich jetzt hier das Standardmikrofon, also mein, Entschuldigung, mein Standmikrofon sozusagen. Also mein AC440 ausgewählt. Gut, das ändere ich mal ganz kurz wieder in mein Headset, weil normalerweise nehme ich das immer mit meinem Headset auf. So, übernehmen. Da hat man jetzt wieder auch, ne, welche Aufnahmen, also Audio, Desktop-Audiogeräte dann aufgenommen werden und whatever. Hier ist jetzt auch wieder ganz alles Mögliche zu konfigurieren. Das ist aber eigentlich, das ist, die Standardsachen könnt ihr da lassen. So, bei den Hotkeys, ähm, da habe ich mir das umgeändert auf STRG kleiner als und STRG Y, um Aufnahmen zu starten oder zu beenden. Da könnt ihr halt auch noch für, ähm, Replay, Puffer und ich weiß nicht was, könnt ihr alles Hotkeys für eingeben, für Push-to-Talk, auch alternativ Push-to-Talk und whatever. Ich sage zu oft whatever gerade. Ähm, könnt ihr euch das als einstellen. So, dann haben wir hier noch die erweiterten Einstellungen. Da müsst ihr, ähm, ich gucke mal gerade. Ja, das ist, ich würde das eigentlich so ziemlich, ähm, ja, ich würde so ziemlich alles hier so lassen, wie es ist. Das einzige, was ihr umstellen solltet oder könnt, wenn ihr ein bisschen rumspielen wollt, das hier. Ähm, ansonsten habt ihr auch hier eine Zurücksetzen-Funktion. Also selbst wenn ihr hier ein bisschen rumspielt und alles Mögliche umstellt und sowas, könnt ihr es immer noch zurücksetzen. Im Zweifelsfall, wie gesagt, geht auf Allgemeines. Ähm, macht ihr euch ein zusätzliches Profil, dann funktioniert das alles. Ich kann mir jetzt gerade kein zusätzliches Profil machen, weil ein Stream hier noch läuft oder besser als Streaming-Vorschau. Finde ich auch immer sehr schön, dass man das Streaming-Vorschau laufen lassen kann, um einfach schon mal zu sehen, wie das Ganze abläuft. So, äh, Quixen, das ist eigentlich unwichtig. Ähm, die Rausch-Sperre, ja, da könnt ihr eigentlich auch die Standardgeschichte lassen. Und hier, gut, jetzt kann man nochmal Szenen, ähm, ich kann nochmal Einstellungen zu den Szenen machen. Ist aber, das ist aber jetzt eigentlich auch nicht wichtig. Also das Wichtigste ist für euch, das eine, also wo ihr am meisten wahrscheinlich machen werdet, ist hier die Codierung und zwar, was die Bitrate angeht. Dass ihr da einfach rumspielt, das ist schon, ähm, ja. Ja, da werdet ihr wahrscheinlich am meisten mit zu tun haben. Das ist jetzt, das ist eigentlich, das ist eigentlich so eine einmalige Geschichte, das muss man einfach nur einstellen. Danach ist die Sache gegessen. Video werdet ihr auch nicht viel zu tun haben. Audio, gut, müsst ihr im Zweifelsfall mal das Headset wechseln, äh, das Mikrofon wechseln. Hotkeys ist auch eine einmalige Geschichte. Und erweitert, da werdet ihr nochmal ein bisschen zu tun haben. Also, wenn man da ein bisschen rumspielt, wie gesagt, erweitert, Codierung. Also, das ist das, wo ihr in Einstellungen am meisten wohl zu tun haben werdet. So, äh, ich überlege gerade Plugins. Ähm, genau, Gameaufnahmen-Plugin. Ja, das ist jetzt eigentlich auch nicht so wichtig. Ähm, habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so sehr benutzt. Aber ich denke mal, ihr habt jetzt die, also das sind die Sachen, ihr wisst jetzt alles, womit ich jetzt auch schon zurechtkomme. Ach, genau, ihr könnt jetzt hier noch, Mikrofon kann ich zum Beispiel auswählen und, äh, Sound auswählen. Das heißt, das Programm, wenn ich jetzt aufzeichnen würde mit diesem Programm, würde es halt meine Stimme aufzeichnen. Ihr seht das hier. Oder den Desktop-Sound. Allerdings ist da gerade kein Sound, deswegen wird da auch nichts aufgezeichnet. Wenn ihr das nicht wollt, einfach nur hier draufklicken. Hat sich das schon erledigt. Wenn ihr es lauter haben wollt, leiser, könnt ihr auch dran rumspielen am Regler. Dann funktioniert das alles. So, ähm, was ich hier noch ganz schön finde, eine FPS-Anzeige, hat man unten eine Bitrate-Übertragung. Und wie lange diese Preview, also in dem Fall ist es jetzt eine Preview, ansonsten wäre es eine Aufzeichnung, wie lange die ganze Geschichte jetzt schon am Laufen ist. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ähm, falls ihr noch weitere Fragen haben solltet zu diesem, zum Broadcast, ihr könnt sie mir gerne stellen. Ich versuche sie zu beantworten, euch da weiterzuhelfen. Ähm, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mich unterstützen wollt, schenkt mir ein Abo. Und wenn ihr Kritik äußern wollt, egal ob positiv oder negativ, unten in den Kommentaren habt ihr mehr als genug Platz dafür. Und, ja. Ja, dann schalte ich mich nochmal kurz rein und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. In diesem Sinne, euer Eonitas. In diesem Sinne, euer Eonitas.